Gatke! Gatke ist mal ganz cool. Und Gatke und ich sind schon Freunde geworden mittlerweile. Ja, ich dachte du bist so gut mit Manni's Sohn befreundet. Ja, aber Manni's Sohn da ist man ja eher selten bei ihm, ne? Ja, das stimmt. Manni's Sohn, das ist so ein Scheiß. Oh ne. Ich kann auch nur wie er weiter draufkommt auf so ne Ratze. Was für die anderen Husos? Ich seh nix, ich seh nur Nebel. Ich seh nur typisch deutsches Wetter. Oh hier, für jeden ne Dings, ja? Liegt da noch ne Knifter? Handfeuerwaffe? Ich kann ja auch Manni geben. Kotzbo liegt hier noch. Äh, kam hier noch einer? Ich hab keinen gesehen. Ja, dann lass uns schnell looten hier. Erweitertes Mac? Sag's Bescheid, ne? Äh, ich hab hier was für dich, hier unten. Ja. Hier in dem Raum hier. Mhm. Oh, jetzt leckt das schon wieder. Meine. Wo bin ich denn? Hast du eingesammelt? Nö, das hat ja gerade geleckt. Achso. Ich war wieder äh. Oh, Alter, ich auch. Ich war wieder im Flugzeug. Schön vorsichtig, ne? Hier ist nämlich echt versteckt alles. Wackatge? Ja. Liegt ne Flinte? Mit Schauke und Doppelläufig? Dann wär ich dabei. Äh, negativ. Vor allem, dass es dann im Haus auch neblig ist, ne? Aus dem Schwachsinn. Hallo? Natürlich. Alter, diese Fliege, ne? Oh, der Witz, Mann. Hätte ich so ne Fliege im Schlafzimmer, ey, ich werd die ganze Wohnung abreißen. Ich habe noch 30 Schuss für dich gefunden. Das mag mein Bhythmik, es ist ja kalt draußen. Ich habe auch so viel Munition für die Vector, aber kein scheiß Magazin dafür. Kein Mag. Das ist echt wichtig bei der Moped. Schnell Zugriff, ne? Schnäppchen, egal. Ich glaube hier läufige Flinte. Die ist so scheiße. Ey, schon wieder. Schnell Zugriff. Hier liegt deine Flinte. Hab ich schon. Au, Schock, nimm mit. Ok. Scho, 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 Scho. Ey. Hier liegen echt nur Schnellzugriff-Magazin rum. Ja. Davon aber genug. Ich dachte zuverlässig wie immer liegt hier die Flinte, aber nein. Äh, die Dings. der achtfach suche hier deine muni und hast du ein visier drauf nein gebe ich dir danke dir wir müssen gucken jetzt wo zone ich weiß nicht was lauter ist der 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 flieger oder die die fliegen schwierige frage stream läuft wunderbar so gut sieht das so weil wir schon wieder hier lang rennen ja als wenn da keiner wäre leon war letztes da hat ein bisschen pubg gezockt fand ich ja schon ein bisschen lustig ne alter er guckt in jede ecke zwölf mal rein über was also so richtig so richtig vorsichtig und defensiv und ja nicht zu weit und nicht zu schnell und lieber sechs mal hingucken anstatt drei mal und so richtig auch langsam ne alter ich guck mir das eigentlich so mein gott jetzt geh doch mal jetzt schneller da jetzt er war so vorsichtig sagt also man merkt richtig dass er kein pubg spieler ist weil der pubg ist dann irgendwann auch so rein in die bude scheiße glaubt einer drinnen ist hier leises fenster geräusch es ist so leise wenn du irgendwas für die mp findest auch gerade weil du selber eine hast wahrscheinlich nicht ich hätte da interesse oder kugel schlafen für die flinte hier komm mal her hier hinstellen hier ja der nächsten point gesetzt der wird 25 ja ich bin hier hat sie immer noch die vector Ja, klar. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Okay, nehme ich mit für die M4. Habe ich schon. Habe ich schon. Okay, dann mach ich es wieder dran bei mir. Ja, das war's dann eigentlich schon dann. Brauchst du noch, brauchst du noch ihn hier? Nee. Hast du, was hast du jetzt für Waffen? Die AK. AK, Kompensator und Rotpunkt. Ich habe noch eine Muni ein bisschen für die AK. Für die Akne. Akne. Oh, Melissa. 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 Oh, guck mal. Zwei doppelhäusige, stockwerkige Hochhäusis. Hochhäusis. Ey, da ist bestimmt mal nicht so ein Zuhause. Doppelläufige? Drei Hosen, 15 T-Shirts. Schnellzugriff, langsam kotzt mich das an. Immer diese Schnellzugriff-Magazine. Boah, ich schmeiß noch ein bisschen Muni weg. Ich hatte irgendwas über 200 Schuss für die, äh. A 762 brauche ich, ne? Ja. Ich hatte über 200 Schuss für die, ne? Aha. Ja. Hier liegt nochmal die AK. Oh, die Muni brauche ich. Ja, ja. Muni habe ich genug. Hier, äh. Pass auf. Bist du bei mir da drin? Ne, ne? Kompensator SR. Damit ich mal einfach... Ich lege dir hier mitten in den Flur. Vor der Flinte lege ich dir deine Muni hin. Ich gehe jetzt wieder nach oben. Ich habe nämlich keinen Platz mehr. Ich bin Energy Drink. Da, direkt vor mir. Nächsten Punkt habe ich gesetzt. So, jetzt geh mal so langsam in den Bereich, wo es lustig werden könnte. Mhm. Tschüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüssüss habe ich markiert gut so liegt hier auf dem tisch hier ist nichts dieser flieger ist so laut das sind die fliegen komm mal hier liegt eine m16 willst du haben weil die ak dann ja gerne schmeiße ich die flinte weg boah die kiste ist richtig also keine ahnung die ist vielleicht 500 meter weg wenn wir jetzt losfahren würden wo ist denn die kiste ach da hinter der dinge ist da sogar 325 ist die habe ich ja der vorteil bei nebel ist dass es nicht alle sehen ich hole mal das auto guck mal meinen auch im arztkoffer da war schon wieder ein flieger eine flieger das ist ja hospital 325 habe ich extra gemerkt in diese richtung laufe ich schon mal vielleicht sehe ich ja schon was wir wollen dass da immer so eine feuerspäne hinten rauskommen aus dem auspuff kann aber auch nicht gut für den motor sein das ist ein großes wer ist jetzt aber nicht der motor aber du hast doch schon die ventile klackern sicher dass 325 richtung war war schon mal auf vollautor weil es uns wieder irgendwelche husus erwarten da ist was da ist was würde ich mich ran pürschen das ist die frage man will auf einzel schuss ist kein arsch kein arsch ist hier glaube ich jetzt hier hinterhalter und keiner sieht dich helm 3 jetzt bin ich ja mal gespannt ich weiß jetzt die um weg und nehmen die aug auf 556 harmonie und eine adrenalin spritz habe ich auch gefunden das ist auch immer gut ist das ein komisches gebäude da die ist ja winzig die waffe zeig mal her komm mal rein hier ja ich komm ich komm ich komm und ist sie gut was ist das denn ist ja richtig klein obwohl ne geht ja nicht voll guck mal bitte das gebäude an was du auf 75 siehst ist das eine halle oder was ist das ich hab das jetzt komplett umgebaut das ding brauchst du noch einen rotpunkt ja ne ja doch kann ich den rausschmeißen ich behalte jetzt einfach mal nur die aug hier das gebäude 75 was ist das ist das eine halle das sieht so aus wie das hat das kein dach mehr oder was keine ahnung sieht so komisch aus 556 hast du nie noch über oder ein bisschen vielleicht wie viel hast du jetzt gesamt ich habe 90 insgesamt ja hab ich auch ok dann gib mir mal 90 na gut jetzt weiß ich was das für ein gebäude ist was mit dem auto kannst du ruhig holen ich guck mal hier in die gebäude rein ne das hat einzel- und dauerfeuer das ding ich glaube das ist sowas wie die m16 oder so die aug endlich mal ein energy drink ich habe übrigens alles für ne für ein scharfschätzen gewähr ne falls eins hinlässt das tut gut was ich gerade gefunden habe ich brauche nur noch ein erweitertes mag für was denn äh ahja das glaube ich leider nicht schmeiß ich da mal 5 von weg verbände sind jetzt auch viel wichtiger geworden als vorher ne was wo bin ich denn schon was geht doch da hoch das bugt gerade schon wieder so ein bisschen oh vierfach sucher ja bei mir hat es auch gerade geleckt die scheiße Kompensator kann ich dir noch anbieten für die AR ich habe jetzt meine stufe 2 best aufgenommen hier ist das erweiterte Magazin kann ich nicht einsammeln ich bin voll hab ich hier markiert kannst du nicht irgendwas wegschmeißen äh ne hab ich hier auf jeden fall markiert oh vss auch nicht schlecht ja das ist gut ja das ist gut theoretisch ja eigentlich kann ich auch mit der ganz gut aber ich habe schon alles an Schall davon was geht wenn ich jetzt noch die M4 finde das wäre pervers ey warte ich sammle die das jetzt ein warte ich sammle die das jetzt ein ich habe ausgemistet hier liegt die Mini Zone ist in Ordnung nicht mehr gut aber in Ordnung ich habe ein schmutziges Tanktop wenn du eins brauchst boah alter mein Loot man ich bin richtig vollgepackt wir machen ja auch hier irgendwie nix anderes als looten Schalldämpfer wäre geil habe ich AR? klar auf einem 16 was denkst du denn ich überlege gerade ob ich das Auto nochmal ich glaube das Auto nehmen wir nochmal wa ja wäre nicht schlecht stimmt eine Zone kommt bestimmt noch hey warte mal ich sehe ein Auto wo es eigentlich normalerweise glaube ich nicht steht ja ist das vielleicht unseres? ne könnte sein dass Feinde da sind ok da steht nämlich ein Auto das steht vor der Garage so komisch das steht aber eigentlich nicht ich würde das gerne erkunden ich würde das gerne erkunden aber ihr habt keinen 4 Versucher ich kann nicht sehen Schalldämpfer MP ja nimm mit hab ich doch die Vektor ok jetzt liegt hier die Ska hi mein Scherzi da Ska? wo liegt die? hab ich die markiert? hör mal komischerweise ohne Munition hier ach macht nix oder wenig Munition ob ich das mag? geht so ne hast du nur das besorgt? achso ja dann nehme ich das ich mag keinen Flammkuchen der wird zu salzig aber da lacht sie mich gleich wieder aus was? joa aber du musst vielleicht mal ein paar Sachen abnehmen äh du bist ja lustig ich bin selber voll ja wenn du runter kommst wirst du wahrscheinlich äh doch noch was abnehmen da fällt Platz da fällt Platz gib mal das erweiterte Magazin und den Schalldämpfer und n Griff wenn du noch einen über hättest hab ich nicht hättest du mal was gesagt Schalldämpfer SR ich dachte MP hast du eingesammelt oh ich hab den Fall schon rausgeschmissen hier ist noch ein Compensator nee Compensator SR nee ich bräuchte tatsächlich nur Dings taktisches Lager behalte ich das oder nicht? nee ich mach sie weg so ein Zweifach Sucher und ein Vierfach Sucher hab ich noch ja ein Vierfachen könnte ich gebrauchen ich hab aber nur einen achso nee dann ist schon in Ordnung brauche ich nicht also es wäre nur so ein optionales achso jetzt müssen wir mal gucken ob die Leute kommen von hinten unser Auto steht hinter der Zone und wir müssen es holen ist soweit ja hol du mal das Auto ich guck mal ob ich hier was schön alleine gegen vier Leute die da gegenüber sitzen das ist immer ne gute Idee M16 liegt hier noch die Front Ein 6-2-0 taktischer Lager hier, oder? Taktischer Lager, bis es umgeht nicht mehr. War nur noch ein Griff? Nein. Ich würde sagen, das Looten war schnell hier noch und dann machen wir einen Acker. Alter, wo bin ich denn hier reingetreten? DP-28? Also dieses komische... Ja, Mann, die ist richtig übel, Alter, die Waffe. Ob da auch der Schalldämpfer draufgeht? Hier liegt noch eine... Ah, mein Gott. M16 ohne Ende. Ich brauche nur... einen Griff. Ich heile mich schon mal. Oh, die Zone geht ja schon los. Ja, gib Gas. Wo ist denn das Auto? Hier. Guck an, Alter, da waren sie noch. Lohnt sich nicht. Warte, nochmal schnell Schmerzmittel. Und... Go. Warte, zwei, eins und los. Setzen wir mal einen Punkt. Boah. Es gibt fast keinen Punkt mehr. Fahrkackt. Boah. Hauptsache, wir kommen erstmal in eine Zone rein. Weil die reißen in mich jetzt. Boah. Wo ist denn der scheiß Motorradfahrer? Ja, wo links. Fahr einfach weiter. Rechts ist eine kleine Hälte. Der Punkt. Rechts ist Dings. Da waren Autos. Okay. Ja, erstmal irgendwo hier. Oha. 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 Back vom Autos. Ganz wichtig. So. Verbannt. Adrenalinspitze. So, ich schmeiß jetzt alles weg hier, was ich nicht mehr brauche. Shell-Dämpfer und so für DSR. Ach. Oha Nach. Boah, Don jetzt. Jetzt wird so richtig kuschelig, alter. Mhm. Weil du siehst ja auch gar nix. Absolut gar nix. also ich gehe auf jeden fall richtung zonenrand ich bleibe hier wo in die in die büsche werde ich noch gehen ja stimmt aber sie gar nichts das gewinnen wir niemals ich glaube ein vierfach super klemm ich mir auch ich habe ein zweifach der reicht gerade mit dem kannst du gerade so noch mal sehen ich habe noch so ein scheiß benzin kanister mit dabei ne alter und es sind noch 19 am leben in dieser winzigen zone naja komm guck mal wie groß noch das grüne ist ne die kommt ja jetzt erst gleich ich kann niemanden sehen ich auch nicht das ist auch nicht gut so ich würde jetzt hier gerne so ein weißt du so kriecher hätte ich jetzt gerne der ja so lang kriegt um nicht aufzufallen direkt vor mir also unser auto steht schon mal ganz gut zur ablenkung da und dahinter diesem hügel ist nämlich noch ein auto alter heftig heftig jetzt sind es noch 19 in der kleinen zone naja gut 18 wir sind nah an der zone dran das ist sehr gut vielleicht sind es auch 17 das problem ist zu unserem rücken hin ist die zone noch echt weit weg ne seh ich jetzt erst wo ich mich umgedreht hat habe frage ist was machen wir gehen wir jetzt in der zone oder besser ist es ne naja das ding ist ich bin fast einfach mal ich bin der meinung ich habe gerade ein kriechen hören ich bin gerade gekrochen ach so aber ich bin auf jeden Fall nah dran an der zone hier sind schon wieder direkt vor uns ja schalldämpfer da hinten sehe ich einen der ballert zwei ballern die ball dich im auge ja alter was da geht es aber richtig gut los was ist denn mit euch da links neben uns genau links neben uns jo den anderen habe ich auch gesehen der ist am anderen hügel haben wir den umgebracht ja ja an welchen hügel an dem dahinter da ist noch einer zone kommt jetzt wir müssen aufpassen ja ich bin safe ja aber auch granaten ohne ende was war das denn so ich gucke jetzt nach denen von vorhin ob ich die irgendwo sehe so rechts sehe ich geballer ich höre geballer es ist nahe dran aber ich habe keinen gesehen hast du die anderen im auge den von vorhin den wir nicht umgebracht haben na ich versuche es ne ich gucke aber ich sehe keinen boah das gute ist ich bin immer noch in der zone oh hier sieht mich keiner alter ich vertraue diesem scheiß gestrückt nicht 11 stück noch dann 10 ich glaube die sind weiter in diese richtung gekrochen mini 14 schalldämpfer also ich bin in der zone ich bleibe auch hier erst mal auch da jetzt habe ich jetzt habe ich einen ollie 60er richtung in den büscher hinter die büsche geht so weit weg für mich ich behalte den noch mal im auge pass auf der kommt jetzt in unsere richtung gehe ich schon mal halbwegs in deckung ich glaube der kriegt der ist auf jeden fall nicht in der zone also er muss gleich schnell los ollie ich brauche gleich glaube ich deine unterstützung ich habe noch den mini im ohr der hat schon wieder einen umgebracht naja der ist direkt neben mir aber ich sehe ich kann hier guck ollie ollie hier 95 ja ist hasse ich warte warte noch warte noch er liegt ja außerhalb der zone ja er kriegt jetzt ärger so jetzt kommt er angekrochen hier ich bringe ihn jetzt um oder beschuss scheiße zwei stück hier das ist ausgenockt ne ok beide tot alter die auge ist heftig junge ich hasse das meine position zu verraten ne ja ich bin safe ich bin nicht safe ja krieg ich mal hier hin das wäre gar nicht schlecht das problem ist das wird warte mal rechts habe ich einen schuss gehört schalldämpfer k glaube ich ich weiß aber nicht wo diese granaten habe ich dann schmeiße ich erstmal granaten ein paar granaten gehen los da hinten wird auf jeden fall geballert wenn wir uns hinter warte mal ich komme jetzt zu dir hinter den dingen sind wir glaube ich safe hier sind wir echt safe zwei kills guck du links rüber ich guck rechts rüber guckst du links ja ich sehe einen ok ok wie weit auja tot er ist tot gewesen hättest nicht schießen müssen sorry drei am leben ein gegner nur noch gottes willen nicht uns umbringen granate hast du ja wie viele äh vier stück ja dann hau mal rein alter da ist er ich sehe ihn welche richtung welche richtung ja geradeaus da wo du die granaten hingeschmissen hast oh ich hab sie in alle richtungen da ist er ach da jetzt sehe ich er hat sich hingelegt ok alles gut wir sind in der zone wir brauchen uns keinen kopf machen ja er auch das ist das problem schau mal er ist nicht in der zone er ist zu weit weg sorry er hat die granaten nicht ausgelebt äh er ist du behältst das mit dem auge ja ne ich schmeiß granaten ich sehe ihn ich sehe ihn er tut sehr gut erledigt sehr schön alter die aug ist richtig heftig ich will mir jetzt erstmal ich guck mir jetzt erstmal